Rezept des Lebens Man nehme zwölf Monate, putze sie sauber von Neid, Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und zerlege sie in 30 oder 31 Teile, so dass der Vorrat für ein Jahr reicht. Jeder Tag wird einzeln angerichtet aus ein Teil Arbeit und zwei Teile Frohsinn und Humor. Man füge drei gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu, ein Teelöffel Toleranz, ein Körnchen Ironie und eine Prise Takt. Dann wird die Masse mit sehr viel Liebe übergossen. Das fertige Gericht schmücke man mit Streuschen kleiner Aufmerksamkeiten und serviere es täglich mit Heiterkeit. und die Masse mit Heiterkeit.